Liebe Gemeinde, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Man kann es nicht überhören und übersehen. Die Jahreslosung macht die Barmherzigkeit zum Thema. Jesus richtet dieses Wort an uns, an seine Gemeinde. Es ist ein Hinweis, eine Wesensbeschreibung, wie Gott ist. Und zugleich ist die Jahreslosung auch eine Herausforderung und Aufgabe für uns. Wo fangen wir an? Am besten bei dem, von dem alles ausgeht, was wir haben und sind. Bei dem Vater im Himmel. Das ist typisch für Jesus. Er hat gerne zu Gott und von Gott als dem Vater gesprochen. Und er meint nicht irgendeinen Vater. Er sagt, er ist sein Vater und unser Vater. Ein Vater, der weiß, was gut für uns ist. Ein guter Vater, der uns gerne gibt, was wir brauchen. Es mag schlechte und schlimme Väter geben. Der Gott, den Jesus uns als unseren Vater zeigt, ist gütig und gerecht. Voller Liebe. Ja, und er ist barmherzig. Und das ist dann nicht erst, weil Jesus ihn so nennt. Wer nur die Augen aufhält, wird es in der ganzen Bibel finden. Mose betet für das Volk, nachdem es Gott nicht vertraut hat. Für der Mose 14, 19. So vergib nun die Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, wie du ihnen auch vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Und Psalm 25, 7 betet David, Oder die uns so bekannte Zusage aus Jesaja 54, 10. Unser Vater im Himmel ist barmherzig. In unserer Beziehung zu ihm geht es nicht um pflichtschuldigen Gehorsam, sondern um ein inniges Verhältnis, ein inniges Vertrauen. Nur auf dieser Ebene können wir ihn verstehen. Können wir verstehen, was Gott von uns will? Dass barmherzig sein mit Vertrauen auf den barmherzigen Vater eng verbunden ist. Jesus erzählt das sehr anschaulich im Gleichnis vom barmherzigen Vater und den beiden verlorenen Söhnen in Lukas 15. Aber Jesus hat nicht nur darüber geredet, er hat die Barmherzigkeit Gottes auch gelebt. Bei ihm spüren die Menschen eine aktive Barmherzigkeit, die über menschliches Mitleid weit hinausgeht. Er heilt, was den Menschen zerbrochen ist. Er vergibt, was sie zerstört haben. Bei ihm wissen Menschen, dass Gott sie annimmt. Er öffnet den Weg zu einem neuen Anfang. Jesus kennt unseren Schmerz aus eigener Erfahrung. Das zeigt, wie weit die Barmherzigkeit Gottes geht. Unser Gott ist bereit, aus Barmherzigkeit mit uns unsere Schmerzen zu ertragen, mit uns zu leiden und sie für uns auf sich zu nehmen. Was sollen wir also tun? Wie können wir diese große Barmherzigkeit unseres Vaters umsetzen? Jesus sagt nicht, vertragt euch halt und seid nett zueinander. Das wäre zu billig und einfach zu wenig. Ihr müsst die Welt retten, sagt er auch nicht. Das greift zu hoch. Das ist zu groß für uns. Aber dazwischen gibt es immer noch genug zu tun. Hören wir mal auf die Verse, die rings um unsere Jahreslosung herumstehen. In Lukas 6, 35-37 Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Jesus trifft den wunden Punkt. Wir sind schon gerne barmherzige Menschen und meinen, wenn wir einem Armen etwas von unserem Überfluss abgeben, dann sei damit genug getan. Das ist zwar gut, aber noch nicht das, was die Barmherzigkeit unseres Gottes ausmacht. Denn seine Barmherzigkeit geht weiter. Sie ist bereit, sich freiwillig selbst zurückzunehmen und dem Leben anderer Raum zu geben. Ihr werdet Kinder des Höchsten heißen, sagt Jesus, denn der Höchste ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Den Feind lieben heißt also, ihm Raum und Recht zu geben, zum Leben. Ihn nicht zu verdammen, sondern ihm vergeben und ihn segnen. Nein, ich muss nicht alles schlucken. Aber der erste Weg sollte mich zu meinem himmlischen Vater führen, dass ich ihm sage, was mich verletzt und von ihm Barmherzigkeit lande. Der Prophet Jonah zeigt mir, wie mein Herz tickt, wenn ich verletzt bin. Ich will nicht vergeben. Und ich will nicht, dass Gott anderen vergibt, die mir wehgetan haben. Jonah wirft seinen Ärger Gott direkt an den Kopf. Ich wusste ja schon vorher, dass du am Ende wieder barmherzig sein wirst, sagt er. Und Gott lässt ihn wissen, wie sehr er die Menschen liebt, auf deren Vernichtung Jonah gewartet hatte. Aber da wartet er vergeblich, denn Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig, ohne etwas für sich selbst zu erhoffen. Wie viel Gutes tut er mir und ich merke es oft nicht. Oder erst viel später. Tue ich Gutes, auch wenn ich nichts davon habe? Kann ich nicht etwas von dem weitergeben, was Gott mir gibt? Er will es nicht zurück, damit ich es weitergebe und teile. Er schenkt mir gerne noch unendlich viel mehr von seiner Barmherzigkeit, wenn ich sie nicht nur für mich nehme, sondern ich kann sie verschleudern an die, die seine Barmherzigkeit dringend brauchen. Ich habe von einer Soziologie-Klasse gelesen. Hier haben eine Untersuchung unter Kindern im Armenviertel gemacht. Für 200 Kinder war ihre Prognose, wird im Gefängnis landen. Zwei Jahrzehnte später hat sich eine neue Gruppe daran gemacht, diese Vorhersage zu überprüfen. Sie waren überrascht. Nur zwei von den Kindern waren tatsächlich im Gefängnis gelandet. Was war geschehen? Die Kinder hatten eine Schulleiterin. Diese Schulleiterin liebte ihre Kinder. Sie half denen, die gestohlen hatten, und kümmerte sich um sie. Durch ihre Barmherzigkeit und Freundlichkeit verwandelte sich das Elendsviertel. Das ist doch etwas für dieses Jahr. Raum zum Leben schenken und die Barmherzigkeit meines Vaters im Himmel weitergeben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir bitten dich für unsere Erde. Lass Gerechtigkeit einziehen. Hilf, dass Menschen in Würde leben können, ohne Hunger, ohne Angst vor Unterdrückung und Gewalt. Tu uns die Augen auf, wo wir unseren Teil dazu beitragen können. Herr, wir bitten dich auch für die Menschen in unserer Gemeinde. Wir bitten dich um deinen Segen für unser Miteinander im neuen Jahr. Behüte du die Kinder, lass sie fröhlich und gesund aufwachsen. Stärke ihre Familien und lass sie Orte der Geborgenheit für ihre Kinder sein. Wir bitten dich auch für die Jugendlichen in unserer Gemeinde. Lass sie ihren Weg im Leben finden und lass es ein Weg mit dir sein. Wir befehlen dir auch die Ehepaare in unserer Gemeinde an. Stärke ihre Liebe, schenke die Bereitschaft zu gegenseitiger Vergebung. Alle, die alleine leben, bringen wir vor dich. Schenk ihnen Freunde und Menschen, bei denen sie sich wohlfühlen. Wir bitten dich auch für alle Altgewordenen, dass du ihnen nahe bist. Wenn es schwerfällt, die eigene Gebrechlichkeit zu akzeptieren. Herr, sei allen Kranken nahe. Begegne du denen, die in diesem Jahr sterben müssen. Und hilf, dass sie dir vertrauen, der du die Auferstehung und das Leben bist. Wir vertrauen darauf, dass auch dieses Jahr dein Jahr ist. Und du unsere Zeit in deinen Händen hältst. So beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, Wie im Himmel, So auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So befehlen wir uns dem Segen unseres Gottes an. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!